Die Corona-Jahre haben bei vielen Menschen tiefe Wunden hinterlassen. Verletzungen, die aufgearbeitet werden müssen. Doch Medien und Politik schweigen mehrheitlich und flüchten sich in Ausreden. Dieses Projekt dient dazu, diesen Mangel zu beheben. Den Stummen und Verstummten eine Stimme zu geben. Hallo heute draußen, hier ist der einsamer Wanderer. Willkommen im Projekt Memento. Heute habe ich etwas Spezielles. Ich habe jemanden, der seine Geschichte gerne erzählt haben möchte. Derjenige möchte aber nicht selber sprechen und auch nicht selber in Erscheinung treten. Und das respektiere ich natürlich. Nichtsdestotrotz hat sie mir erlaubt, diese Geschichte, so wie sie sie aufgeschrieben hat, einzusprechen und zu veröffentlichen. Und das werde ich so tun. Und ich werde immer das so ein bisschen lebendig machen, dass ich sage, so ist die Frage von mir. Und dann lese ich immer ihre Antworten vor. Nennen wir sie einfach Yvonne. Wer bist du denn? Ich bin Anfang 50. Ich habe zu einer Zeit studiert und auch promoviert, in der freie Lehre und Forschung noch großgeschrieben wurden. Es waren wunderbare Zeiten, in denen wir alles, absolut alles in Frage stellend erforschen konnten. Ich habe beispielsweise damals ein wenig zur Germanen und Indogermanen Ideologie geforscht und dazu auch entsprechende wissenschaftliche Werke aus dunkler Vergangenheit gelesen. Im Original wurde gemerkt. Ich weiß noch, wie ich damals dachte. Die armen Wissenschaftler, die sich so verbiegen mussten, um so einen Unsinn zu schreiben, nur weil es von oben so vorgegeben wurde. Heute weiß ich, ich habe mich geirrt. Es waren keine unter Druck gesetzten Wissenschaftler, die gegen ihre Überzeugung schrieben. Im Gegenteil, sie waren von dem Irrsinn überzeugt. Das habe ich erst jetzt mit Grauen begriffen. Ich bin sehr dankbar dafür, jene Zeiten völlig freier Forschung erlebt zu haben. Ich habe mir daraus meinen kritischen Geist erhalten und bin immer bereit, alles zu hinterfragen, zur Zeit mehr denn je. Wie fühlst du dich heute drei Jahre nach Beginn, ungefähr drei Jahre? Sehr müde. Ich bekam die Anfänge dieser Pandemie mit, als hier noch niemand etwas ahnte. Ich baute mir einige Kontakte in Wuhan auf und horchte nach und nach und verfolgte auch alle möglichen Kanäle. Ich hatte etwas Kontakt zu einer chinesischen Firma und bekam von dort Tipps zum professionellen Schutz vor diesem neuartigen Virus, als hier noch selbst genähte Masken angesagt waren. Ich sah die Maßnahmen, die in Wuhan entgriffen wurden und verstand nicht, warum Menschen, die von dort einflogen, hier nur einen Fragbogen ausfüllen mussten. Wäre es so eine tödliche Pandemie, würde man die Flughafen oder Häfen doch schließen. Ich verzweifelte regelrecht daran, wie unsere Regierung so fahrlässig sein konnte. Ich schickte sogar Kontaktdaten und Preise für Maske und Schutzausrüstung aus China herum an Krankenhäuser und bis zur Regierung. Nur ein Krankenhaus reagierte und äußerte Bedenken, weil die Masken nach amerikanischem Standard waren. Rückblickend unfassbar. Lieber inmitten einer Pandemie ungeschützt als mit abweichendem Standard? Heute denke ich mir, all das hatte System, die zuerst nicht vorhandenen allerersten Gegenmaßnahmen, die doch auf der Hand lagen, etwa den Personenflugverkehr aus Wuhan auszusetzen. Die angeblich mangelnden Schutzartikel, die aus China noch lieferbar waren, vielleicht nicht in Mengen, aber immerhin. Sie ließen das Virus absichtlich zirkulieren, damit sie die Gegenmaßnahmen durchsetzen konnten. Es ging nie um das Virus oder gar um Gesundheitsschutz. Es ging immer darum, Menschen an diese unmenschlichen Maßnahmen zu gewöhnen. Davon bin ich heute überzeugt. Spätestens als sie dann an oder mit Verstorbene zählten, läuteten bei mir alle Alarmglocken. Und ich merkte, hier stinkt etwas gewaltig. Es wurde dann aus der Warnerin von dem tödlichen Virus quasi über Nacht eine Schwurblerin, Corona-Leugnerin, ein Nazi und wie man uns betitelte. Davor war ich kurze Zeit Schwurblerin, weil ich vor dem Virus warnte. Nun war ich es, weil ich sagte, hier stimmt etwas nicht. Sich dann drei Jahre gegen den Strom zu stemmen, dem Wahnsinn ins Gesicht zu sehen, doch nichts dagegen machen zu können, das zermürbt einen. Ja, herrscht heute bei dir eine Emotion vor? Zermürbung. Ist das eine Emotion? Die Gefühle wechseln sich ab. Angst, Verzweiflung, aus der dann Wut entsteht. Es fällt mir schwer mit anzusehen, in welche Richtung sich unsere westliche Welt entwickelt. Am liebsten würde ich weglaufen, ganz weit weg. Ich fühle mich wie in einem Paralleluniversum. Ja, das ist eigentlich das vorherrschende Gefühl. Manchmal denke ich, das kann alles gar nicht wirklich passieren. Vielleicht liege ich ja im Koma und träume das alles nur und das ist gar nicht real. Es ist absolut surreal. Dieses Gefühl, aus der Welt gefallen zu sein, aus der Realität, dieser Schock, der damit verbunden ist. Ja, ich glaube, das ist das vorherrschende Grundgefühl, aus dem dann alle weiteren entstehen. Ich habe Freunde verloren. Ich habe Familie verloren. Ich habe Tiere verloren. Es ist gar nicht möglich, alles in Worte zu fassen. Und am schlimmsten wurde es, als die Impfungen kamen. Bis dahin hatte ich in meinem Leben alles an Impfungen mitgenommen. Ich war total unkritisch, habe völlig blind vertraut. Aber nun war es anders. Mein Vertrauen war durch das widersprüchliche Verhalten unserer Regierung verspielt. Als die Impfung kam, nun, das klingt sehr drastisch, aber für mich war sie gefühlt die Zahl des Tieres etwas, das es unter allen Umständen zu vermeiden galt. Ich weiß nicht mehr, woher dieses Gefühl kam, aber ich hätte mich nie und nimmer impfen lassen. Und damit begann dann der Spießrutenlauf. Rundum baute sich der Druck immer weiter auf, sich impfen zu lassen. Die Hetze von der Politik und den Medien war unfassbar. Sogar im Supermarkt wurde über die Lautsprecher für Impfungen geworben. Alles, was bis dato rechtlich galt, so eine Lautsprecherwerbung für verschreibungspflichtige Medikamente ist eigentlich illegal, war plötzlich über den Haufen geworfen. Das Gefühl des Ausgestoßenseins aus der Gemeinschaft, das war sehr heftig. Es traf mich härter, als ich gedacht hätte. Es war schon ein Schlag in die Magengrube, wenn sich bekannt in einem Restaurant verabredeten, dass man selbst nicht mehr gelassen wurde, in Klammern 2G, und man dann absagen musste. Man kam in kein Geschäft mehr, außer in Lebensmittelgeschäfte. Ich machte mir Sorgen, was ist, wenn sie uns auch aus diesem Haus sperren? Es baute sich zunehmend Angst, auch bis zu einem Punkt, an dem man dachte, und wenn sie jetzt von Tür zu Tür fahren und die Ungeimpften einfach einsammeln und wegbringen würden, egal wohin, den Nachbarn würden es zulassen, vielleicht sogar applaudieren. Das war das erste Mal, dass ich über Auswanderung nachtachte. Am liebsten hätte ich das Land verlassen. Aber wir haben hier unsere Arbeit, wir haben Familie und Tiere hier. So einfach können wir nicht weg. Damals lebten meine Tante und mein Vater noch. Beide zogen sich zuerst aus Angst vor der Ansteckung, dann weil ohnehin alles geschlossen war und sie ihre Bekannten nicht mehr treffen konnten, mehr und mehr zurück. Beide waren über 80 und bauten in der Zeit sichtlich ab. Meine Tante stürzte sich dann eines Morgens über ihren Nachttisch und brach sich den Oberschenkelhalsknochen. Sie überlebte das nur wenige Monate. Mein Vater erlebte den Tod seiner Schwägerin, dann den Tod seines Cousins, dazu den Tod vieler Freunde. Ich hatte den Eindruck, er wollte selbst irgendwann nicht mehr. Es gab auch nicht mehr viel Lebenswertes für ihn. Er empfielten die regelmäßigen Telefonate mit der Schwägerin, die treffen mit seinen Freunden. Und eines Abends sagte er, er bekäme so schlecht Luft. Er kam dann ins Krankenhaus, wo sie ihn eine Woche lang auf den Kopf stellten, aber nichts fanden. Kurz zu seiner Entlastung hatte er dann einen schweren Schlaganfall. Sie fanden ihn morgens kaum mehr ansprechbar vor. Sie konnten nichts mehr für ihn tun. Drei Tage später verstarb er. Ich kümmerte mich um den Nachlass meiner Tante, stand in tiefer Trauer völlig unfähig in der Wohnung meines Vaters und versuchte irgendwie alles zu regeln und zugleich baute der soziale Druck immer weiter auf. Ein Beispiel dazu. Es gab diese Sportstättenverordnung zwischenzeitlich. Ich habe ein Pferd, ein sehr altes Pferd, das nicht mehr reitbar ist, aber natürlich versorgt werden muss. Er steht in einem Reitstall, also auf der Sportstätte. Diese stand jedoch unter 2G. Zweimal musste ich mit dem Gesundheitsamt telefonieren und erklären, dass ich mein Pferd auch in einem 2G-Stall weiter versorgen durfte. Zweimal wurde das in Frage gestellt. Was es für mich bedeutete, kann sich wohl kaum jemand vorstellen, der nicht in derselben Situation war. Die Stallbesitzerin erfuhr natürlich, dass ich ungeimpft bin und sagte dann, ich dürfe ja, so wie sie es versteht, den Stall gar nicht mehr betreten, vor allem nicht die Stallgasse. Sie überlegte, ob sie mir ein Zeitfenster am späten Abend ab 22 Uhr oder so einrichten könnte, indem ich mein Pferd versorgen könnte, ohne andere über den Weg zu laufen. Sie könnte dann ja all meine Sachen aus dem Stallgebäude raus in einen kleinen Schuppen an der Weide stellen. So müsste ich das Gebäude nicht betreten und niemand würde mir über den Weg laufen. Es war gut von ihr gemeint und sie ging damit bereits ein Risiko ein. Man fühlte sich ja ... Wie fühlte man sich? Wenn ich das jetzt sage, ist das Verhandlosung wirklich schlimmer Ereignis in der Vergangenheit. Aber das Gefühl war dennoch da. Ich als verstecktes Geheimnis eines Geimpften. Ich bin ihr heute noch dankbar dafür. Es klärte sich dank des Gesundheitsamts dann auch, dass ich auch weiterhin den Stall betreten durfte. Aber es gab diese eine Woche, in der das nicht geklärt war und ich außer mir war, weil ich ja nicht mehr wusste, wie ich mein Pferd versorgen sollte. Und es war schlimm, weil ja alle, die den Stall betraten, davor ausgingen, dass dort alle geimpft sind. Ungeimpfte würden damals ja als potenzielle Virusträger und als brandgefährlich angesehen. Während sie sich dort über ihre Impfung unterhielten, war ich immer ganz still. Irgendwie sprach mich dann einer an und fragte mich direkt, ob ich geimpft sei. Ich erwiderte, ach, weißt du, ich bin gegen alles mögliche geimpft. Sie wollte nach und verstand, dass ich ungeimpft war. Erst beherrschte schweigen und bei einigen im Stall auch in Sätzen darüber. Ich sagte dann, dass ich dieser Impfung nicht traue und lieber auf mein Immunsystem baue. Schließlich sei ich fit und sportlich und gehöre zu keiner Risikogruppe. Sie erwiderte dann, eigentlich mache ich es doch richtig. Wir unterhielten uns daraufhin immer mal wieder, wenn wir uns am Stall über den Weg liefen. Andere jedoch gingen mir dann noch aus dem Weg. Irgendwann, Monate später, als sie dann merkten, wie viele nach den Impfungen, Nebenwirkungen und Schäden kämpften, sprachen sie dann wieder mit mir. Meine alte Reitbeteiligung, ein junger Mann von Mitte 20, hat sich impfen lassen und schaffte es anschließend nicht mal mehr vom Parkplatz zum Stallgebäude. Sein Herz wurde eine Woche lang im Krankenhaus auf den Kopf gestellt. Dann hieß es, das wäre wohl der Stress. Der Stress hatte er aber zu keinem Zeitpunkt. Er sagte danach auch laut und deutlich, nie wieder lasse ich mich mit diesem Dreckszeug impfen. Oder ein anderes Erlebnis. 2G war auch im Autohaus, mitten im Winter. Ich gab unser Auto für eine große Inspektion ab. Draußen ist Schnee regt mit dessen Strömen und es war windig. Es war eiskalt an dem Tag, aber ich durfte ja nicht in den 2G-Bereich. Ich wollte auch nicht sagen, ich bin ungeimpft. Also sagte ich, als die 2G-Schilder sagte, ach, ich gehe so lange spazieren, ich brauche eh etwas frische Luft. Nach die drei Stunden war ich dann unterwegs. Ich froh und war irgendwann völlig durchnässt. Ich bin fit und habe ein gutes Immunsystem. Aber was hätte ich in so einer Situation jemand machen sollen, der nicht zu fit ist? Finde ich, wenn ich das höre, echt total schockierend. Also dieses Ausgegrenztsein, dieses ... Das ist wie in irgendwelchen Zombie-Hörbüchern. Die Infizierten und die Nicht-Infizierten. Und irgendwie, wir müssen uns trennen und die sind gefährlich. Wenn ich das so höre, ich finde es wirklich, wirklich krass, kann ich dir sagen. Nun, aber zur nächsten Frage. Was war denn dein negativstes Erlebnis in der Corona-Zeit? Rückblickend gab es zwei, die sich die Waage halten. Beide mit bis dato guten Freunden. Ein Freund, Leiter einer wissenschaftlichen Gesellschaft, der öffentlich auf Facebook über Corona-Leugner und Aluträger herzog. Er wusch öffentlich schmutzige Wäsche über einen gemeinsamen Freund, nannte diesen nicht namentlich, aber wen kannte, wusste schon, wer gemeint war. Ich versuchte, mit ihm zu reden, sagte, wenn er diese Freundschaft lieb ist, dann lösche das wieder. Er verweigerte sich. Er ist heute noch voll auf Linie, scheint mir. Die Freundschaft, die so an die Öffentlichkeit gezerrt wurde, ist darüber zerbrochen. Der Riss geht auch durch die wissenschaftliche Gesellschaft, der wir alle angehören. Ein anderer Freund ist Professor und auch Mitherausgeber einer jüdischen Zeitschrift. Er ist mir seit bald 30 Jahren schon ein lieber und enger Freund. Ich flehte ihn regelrecht an, sich mit seiner fachlichen Explosive die Corona-Maßnahmen einmal in historischer Perspektive anzuschauen. Er sprang mir regelrecht ins Gesicht. Er selbst war zu dem Zeitpunkt geimpft und überlegte noch, wie er eine Impfpflicht wohl finden würde. Ich stand ihm positiv gegenüber. Ich war fassungslos. Nach einem kurzen Schlagabtausch einigten wir uns, unsere alten Freundschaftswillen politisches auszuklammern. Wir schickten uns dann noch ein oder zwei Nachrichten, dann schlief es nach vielen Jahren intensiven Kontakts völlig ein. Noch heute warte ich darauf, dass es sich meldet und sagt, es tut mir leid, du hattest recht. Denn leider hatte ich das. Ob das je geschehen wird? Ich würde mich sofort in meine Arme schließen. Aber ohne das, mit all dem Stick um unter den Teppich, kann ich von mir aus keinen Kontakt mehr aufnehmen. Es geht nicht. Es haben sehr viele negative Dinge gehört. Ivan, hattest du auch ein sehr positives Erlebnis. Die Ärztin in Krankenhäusern, in denen meine Tante und auch mein Vater lagen. Sie ließen mich in Zeiten, in denen sie mir den Zutritt auch hätten verweigern können, zu meiner Tante und zu meinem Vater, als beide im Sterben lagen. Bei meinem Vater war ich alle drei Tage und hätte auch über Nacht bleiben können. Niemand fragte ihn nach Impfdarweisen. Das werde ich niemals vergessen. Sie haben ein menschliches Gesicht gezeigt. Was nicht selbstverständlich war in jener Zeit. Gibt es ein Bild in deinem Kopf, das du nicht vergessen, nicht verdrängen kannst, Ivan? Es gibt ganz viele Bilder, die sich eingebrannt haben. Am meisten jene vom Sterben meiner Tante und meines Vaters. Aber auch ganz banale. Von der Landschaft an dem Tag, als ich drei Stunden kreuz und quer durch die Felder unterwegs war, während unser Auto zur Inspektion war. Oder eines von einem Bekleidungsgeschäft, vor das plötzlich ein Polizeiwagen fuhr und dann kontrollierten die Menschen, ob denn auch in dem Bekleidungsgeschäft 2G überprüft wird. Ich lief in dem Moment gerade an dem Geschäft vorbei und es startet dabei regelrecht. Ich stand wie angewurzelt da und schaute zu. Es machte mir Angst vor dem, was wohl als nächstes kommen würde. Gab es denn für dich so etwas wie eine Grenze, die du nicht überschreiten wolltest? Eine, nennen wir es mal, rote Linie? Die Impfpflicht war meine rote Linie. Ich wusste, wenn Österreich diese einführt, dann ist Deutschland nicht mehr weit. Um nichts auf der Welt hätte ich mir diese Spritzen setzen lassen. Eher hätte ich das Land verlassen oder mich umgebracht. So weit war ich. Ich hatte eine absolut panische Angst vor dieser Spritze. Ich weiß nicht mal woher, aber alles in mir sträubt sich mit aller Macht dagegen, von Anfang an. Wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich immer impfen lassen. Ich hatte das nie hinterfragt, nie. Rückblickend war ich sehr naiv. Warum dann gerade bei Corona sämtliche Warnleuchtende angehen bei mir? Ich kann das nicht mehr sagen. Oder doch, wahrscheinlich weiß das Verhalten unserer Regierung und unserer Medien. Es stank für mich einfach zum Himmel und damit war mein Misstrauen geweckt, das im Laufe der Zeit weiter gestärkt wurde, bis aus Misstrauen ein völliger Vertrauensverlust wurde. Denkst du oder gab es für dich einen Bruchpunkt zur Gesellschaft oder zur Politik oder zu anderen? Ja, die Hetze gegen Ungeimpfte. Die Umdeutung von rechten Privilegien. Das Vertreiben von Alten von Parkbänden. Das Herunterreißen von Kindern von Schlitten. Unwürdige Verfolgungsjagden auf Rudelbahnen, wo Kinder doch nur Spaß haben wollten. Die täglichen Testorgien. Selbst kleine Kinder quälte man damit. Die Traumatisierung, die in jener Zeit gesetzt wurde. Die Aberkennung von grundlegenden Menschenrechten. Der aus meiner Sicht Verfassungsbruch. Als Ungeimpfter warst du quasi freiwild. Mein Vertrauen in die Politik ist völlig zerstört. Ich wüsste nicht, wie man es wieder aufbauen könnte. Es ist nachhaltig zerstört und wird nicht wiederkommen. In die Medien ebenso. Die gehören in ihrer jetzigen Form zerschlagen und abgeschafft. Dass ich dafür, dass ich stigmatisiert wurde, dass gegen mich gehetzt wurde, dass regelmäßig zur Hetzjagd auf meinesgleichen aufgerufen wurde, auch noch Zwangsgebühren zahlen muss, setzt dem Ganzen die perverse Krone auf. Yvonne, ich habe letztens einen ganz interessanten Beitrag gehört. Und deshalb würde ich mir deine Meinung dazu erfragen. Und zwar eine ganz einfache Frage oder vielleicht auch eine sehr schwere andererseits. Was fällt dir zum Wort Versöhnung ein? Wird es in Bezug auf die Politik und all jene, die Blut an ihren Händen kleben haben, nicht geben? Ich fordere Aufarbeitung und Gerechtigkeit. Dazu gehört eine angemessene Vorurteilung jener, die sich schuldig gemacht haben. Wenn diese erfolgt ist, mag es hier und da individuelle Versöhnung geben, aber auf keinen Fall kollektiv. Versöhnung geht nur individuell. Sie tut Not zwischen all jenen, die gespalten wurden, in geimpft und ungeimpft. Sie sind alle Opfer unmenschlicher Propaganda. Da entsteht Versöhnung gerade auch schon jetzt, da viele Geimpfte merken, dass sie teilweise Schäden davon getragen haben, nicht mehr so gesund sind wie vorher und dass sie, wenn sie schlimme Nebenwirkungen haben, oft ziemlich alleine damit dastehen. Leider wird die Spaltung in unserer Gesellschaft politisch und medial vorangetrieben. Jetzt sind es nicht mehr die Geimpften gegen die Ungeimpften, sondern die Jungen gegen die Alten, die FFF-Fraktion gegen die Klimasünder und Leugner. Da haben wir das Unwort wieder, das hierzulande zuverlässig Propaganda markiert und so weiter. Wir dürfen uns keine Illusionen geben. Corona war erst der Anfang. Es ging nie um ein Virus oder um Gesundheit. Es ging immer nur darum, die Gesellschaft zu spalten, um leichter Macht und Kontrolle ausüben zu können. Es ging immer nur um Macht und Kontrolle. Da kann es keine Versöhnung geben, nur Vergeltung. Harte Worte. Vergeltung ist ein hartes Wort, aber ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Was wäre denn dein Wunsch, was gesellschaftlich und oder auch politisch jetzt passieren müsste? Die Menschen müssen merken, dass sie in das Licht geführt wurden und vor allem immer weiter mit neuen Narrativen belogen und gespalten werden. Der Horror geht weiter, nur mit anderen Worten unter anderem Namen. Jetzt ist es nicht mehr Corona, jetzt ist es halt Krieg, Klima, CO2. Wo immer das Wort Leugner fällt, müssen sie wissen, sie werden belogen. Man bedient sich ihrer, manipuliert sie. Sie müssen sich zusammenschießen gegen die Ungerechtigkeit. Sie müssen gegen alles, was gegen ihr Leben gerichtet ist und das ist derzeit sehr viel, aufbegehren. Dann muss eine Aufarbeitung erfolgen. Die Schuldigen müssen ihre gerechte Strafe erhalten. Die Hintermänner hinter diesen, ganz wichtig, müssen enteignet werden. Daraus müssen die Opfer entschädigt und die Gesellschaft wieder aufgebaut werden. Jegliche Form der Kartellbildung, sei es in der Wirtschaft, in der Politik oder bei irgendwelchen NGOs, die niemand gewählt hat und sie dennoch anmaßen, die Welt mitzuregieren, muss zur Schlagung für die Zukunft unterbunden werden. Das politische System, das wir hier in Deutschland haben, muss wahrscheinlich auch überdacht werden. Auch hier haben wir derzeit eine Kartellbildung. Es kann nicht sein, dass ein großer Teil der Stimmen des Wählers kein Gehör findet, weil sich lauter Splitter zu einem Kartell zusammenfinden und diesen Teil ausgrenzen. Die öffentlich-rechtlichen Medien müssen auf ihren ursprünglichen Auftrag reduziert und verschlankt werden. Das Bildungssystem ebenso. Der Ideologiebildung muss entgegengewirkt werden. Derzeit erleben wir quasi religiösen Eifer und Fanatismus. Dem muss entschieden entgegengetreten werden. Leider sehe ich all das nicht in unserer Politik, auch nicht in den Medien, die so wichtig sind für die Meinungsbildung. Ganz im Gegenteil. Die Gesellschaft als Ganzes, die Menschen werden Druck machen müssen, sehr viel Druck. Wenn sie das nicht schaffen, sich nicht zusammenraufen, Gräben überwinden und aufbegehren, werden sie sich in einer noch weitaus größeren Dystopie als der jetzigen wiederfinden. Dies ist ein Kampf gegen die Menschen und gegen die Menschlichkeit. Es muss verstanden und entsprechend kollektiv reagiert werden. Ja, verstehe. Würdest du sagen, du ziehst eine Lehre oder eine Konsequenz aus der Historie? Ich fürchte, was Lehren aus der Vergangenheit anbetrifft, sind wir als kollektiv nicht lehrfähig. Nur individuell. Wenn du es nicht selbst erlebt hast, kannst du daraus auch nicht lernen. Wir können also nur eine Lehre und Konsequenz aus dem ziehen, was wir selbst erlebt haben. Und diese Lehre und Konsequenz gilt dann auch für uns oder nur für uns, die es erlebt haben. Folgegenerationen können das nicht nachempfinden und somit auch nicht weiter aufrechterhalten. Meine Lehre ist eine ganz bittere. Trau niemandem, am wenigsten dem Staat. Das ist erschütternd, denn ich habe meinem Land und dem Staat immer Vertrauen entgegengebracht. Dass das hier und da mal erschüttert wird, gehört zum Leben. Aber dass es so gänzlich unter Gaben zerstört würde, hätte ich nie viel Möglichkeiten. Wenn man als doch eigentlich unbeschuldener Bürger Angst vor dem eigenen Staat hat und die habe ich mittlerweile. Was sagt das aus? Yvonne, möchtest du zum Abschluss den Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Seid mutig, eure Meinung zu sagen. Verstummt nicht. Ihr seid nicht alleine. Die meisten Menschen haben mittlerweile gemerkt, dass etwas gewaltig gegen sie läuft. Nur trauen sie sich nicht, laut zu werden. Redet mehr miteinander. Geht aufeinander zu. Das stärkt euren Mut und das schweißt uns als Gesellschaft zusammen. Wir müssen jetzt zusammenstehen in dieser dunklen Stunde und wir werden zusammenstehen. Wir werden das schaffen, auch wenn es jetzt noch nicht danach aussieht. Der Wind hat sich schon ein wenig gedreht. Und noch bevor es zum Sturm kommt, wird er sich ganz gedreht haben. Yvonne, ich danke dir, dass du bei meinem Projekt mitgemacht hast und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank.